Gustav Schwab, Die Sagen des klassischen Altertums, fünftes und sechstes Buch. Aus der Heraklessage und Die sieben gegen Theben, gelesen von Hans Zischler. Eine Produktion von Lido, dem Hörbuchverlag von Eichborn. Herakles, der Neugeborene Herakles war ein Sohn des Zeus und der Alkmene. Alkmene, eine Enkelin des Perseus. Der Stiefvater des Herakles hieß Amphitrion, auch er war ein Enkel des Perseus und König von Tyrens, hatte jedoch diese Stadt verlassen, um in Theben zu wohnen. Hera, die Gemahlin des Zeus, hasste ihre Nebenbuhlerin Alkmene und gönnte ihr den Sohn nicht, von dessen Zukunft Zeus den Göttern selbst Großes verkündet hatte. Als daher Alkmene den Herakles geboren, glaubte sie ihn vor der Göttermutter in dem Palaste nicht sicher und setzte ihn an einem Platze aus, der noch in späten Zeiten das Heraklesfeld hieß. Hier wäre das Kind ohne Zweifel verschmachtet, wenn nicht ein wunderbarer Zufall seine Feindin Hera selbst, von Athene begleitet, des Weges geführt hätte. Athene betrachtete die schöne Gestalt des Kindes mit Verwunderung, erbarmte sich sein und bewog die Begleiterin, dem Kleinen ihre göttliche Brust zu reichen. Aber der Knabe sog viel kräftiger an der Brust, als sein Alter erwarten ließ. Hera empfand Schmerzen und warf das Kind unwillig zu Boden. Jetzt hob Athene dasselbe voll Mitleid wieder auf, trug es in die nahe Stadt und bracht es der Königin Alkmene als ein armes Findelkind, das sie aus Barmherzigkeit aufzuziehen bat. So war die leibliche Mutter, aus Angst vor der Stiefmutter bereit gewesen, die Pflicht der natürlichen Liebe verleugnend, ihr Kind umkommen zu lassen. Und die Stiefmutter, die von natürlichem Hasse gegen dasselbe erfüllt ist, muss, ohne es zu wissen, ihren Feind vom Tode erretten, ja noch mehr. Herakles hatte nur ein paar Züge an Heras Brust getan, aber die wenigen Tropfen Göttermilch waren genügend, ihm Unsterblichkeit einzuflößen. Alkmene hatte indessen ihr Kind auf den ersten Blick erkannt und es freudig in die Wiege gelegt. Aber auch der Göttin blieb nicht verborgen, wer an ihrer Brust gelegen und wie leichtsinnig sie den Augenblick der Rache vorübergelassen habe. Sogleich schickte sie zwei entsetzliche Schlangen aus, die, das Kind zu töten bestimmt, durch die offenen Pforten in Alkmenes Schlafgemach geschlichen kamen und, ehe die Dienerinnen des Gemaches und die schlummernde Mutter selbst es inne wurden, sich an der Wiege emporringelten und den Hals des Knaben zu umstricken anfingen. Der Knabe erwachte mit einem Schrei und richtete seinen Kopf auf. Das ungewohnte Halsband war ihm unbequem. Da gab er die erste Probe seiner Götterkraft. Er ergriff mit jeder Hand eine Schlange am Genick und erstickte die beiden mit einem einzigen Druck. Die Wärterinnen hatten die Schlangen jetzt wohl bemerkt, aber unbezwingliche Furcht hielt sie ferne. Alkmene war auf den Schrei ihres Kindes erwacht, mit bloßen Füßen sprang sie aus dem Bett und stürzte Hilfe rufend auf die Schlangen zu, die sie schon von den Händen ihres Kindes erwürgt fand. Jetzt traten auch die Fürsten der Thebaner, durch den Hilferuf aufgeschreckt, bewaffnet in das Schlafgemach. Der König Amphitryon, der den Stiefsohn als ein Geschenk des Zeus betrachtete und lieb hatte, eilte erschrocken herbei das bloße Schwert in der Hand. Da stand er vor der Wiege, sah und hörte, was geschehen war. Lust, mit Entsetzen gemischt, durchbebte ihn über die unerhörte Kraft des kaum geborenen Sohnes. Er betrachtete die Tat als ein großes Wunderzeichen und rief den Propheten des großen Zeus, den Wahrsager Theresias, herbei. Dieser weissagte dem König, der Königin und allen Anwesenden den Lebenslauf des Knaben. Wie viele Ungeheuer auf Erden, wie viele Ungetüme des Meeres er hinwegräumen, wie er mit den Giganten selbst im Kampfe zusammenstoßen und sie besiegen werde und wie ihm am Ende seines mühevollen Erdenlebens das ewige Leben bei den Göttern und Hebe, die ewige Jugend als himmlische Gemahlin erwarte. Die Erziehung des Herakles Als Amphitryon das hohe Geschick des Knaben aus dem Munde des Seers vernahm, beschloss er, ihm eine würdige Heldenerziehung zu geben und Heroen aller Gegenden versammelten sich, den jungen Herakles in allen Wissenschaften zu unterrichten. Sein Vater selbst unterwies ihn in der Kunst, einen Wagen zu regieren. Den Bogen spannen und mit Pfeilen zielen lehrte ihn Eurythos, die Künste der Ringer und Faustkämpfer Harpalikos. Kastor, der Zeus-Zwilling, unterrichtete ihn in der Kunst, schwer bewaffnet und geordnet im Felde zu fechten. Linus aber, der greise Sohn Apollos, lehrte ihn den Gesang und den zierlichen Schlag der Leier. Herakles zeigte sich als gelehrigen Knaben, aber Härte konnte er nicht ertragen. Der alte Linus war ein grämlicher Lehrer. Als er ihn einst mit ungerechten Schlägen zurecht wies, griff der Knabe nach seinem Zitterspiel und warf es dem Hofmeister an den Kopf, dass dieser Tod zu Boden fiel. Herakles, obgleich voll Reue, wurde dieser Mordtat halber vor Gericht gefordert. Aber der beruehmte gerechte Richter Radamantis sprach ihn frei und stellte das Gesetz auf, dass, wenn ein Totschlag Folge der Selbstverteidigung gewesen, Blutrache nicht stattfinde. Doch fürchte der Amphytrion, sein ueberkräftiger Sohn moechte sich wieder ähnliches zu Schulden kommen lassen und schickte ihn deswegen auf das Land zu seinen Ochsenherden. Hier wuchs er auf und tat sich durch Größe und Stärke vor allen hervor. Als ein Sohn des Zeus war er furchtbar anzusehen. Er war vier Ellen lang und Feuerglanz entströmte seinen Augen. Nie fehlte er im Schießen des Pfeils und im Werfen des Spießes. Als er 18 Jahre alt geworden, war er der schönste und stärkste Mann Griechenlands. und es sollte sich jetzt entscheiden, ob er diese Kraft zum Guten oder zum Schlimmen anwenden werde. Herakles am Scheidewege Herakles selbst begab sich um diese Zeit von Hirten und Herden weg in eine einsame Gegend und ueberlegte bei sich, welche Lebensbahn er einschlagen sollte. Als er so sinnend dasaß, sah er auf einmal zwei Frauen von hoher Gestalt auf sich zukommen. Die eine zeigte in ihrem ganzen Wesen Anstand und Adel, ihren Leib schmueckte Reinlichkeit, ihr Blick war bescheiden, ihre Haltung sitzsam, fleckenlos weiß ihr Gewand. Die andere war wohl genährt und von schwellender Fuelle, das Weis und Rot ihrer Haut durch Schminke ueber der natuerliche Farbe gehoben, ihre Haltung so, daß sie aufrechter schien als von Natur, ihr Auge war weit geoeffnet und ihr Anzug so gewaehlt, daß ihre Reize so viel als moeglich durchschimmerten. Sie warf feurige Blicke auf sich selbst, sah dann wieder um sich, ob nicht auch andere sie erblickten, und oft schaute sie nach ihrem eigenen Schatten. Als beide näher kamen, ging die erstere ruhig ihren Gang fort, die andere aber, um ihr zuvor zu kommen, lief auf den Jüngling zu und redete ihn an. Herakles, ich sehe, daß du unschlüssig bist, welchen Weg durch das Leben du einschlagen sollst. Willst du nun mich zur Freundin wählen, so werde ich dich die angenehmste und gemächlichste Straße führen. Keine Lust sollst du ungekostet lassen, jede Unannehmlichkeit sollst du vermeiden. Um Kriege und Geschäfte hast du dich nicht zu bekümmern, darfst nur darauf bedacht sein, mit den köstlichsten Speisen und Getränken dich zu laben, deine Augen, Ohren und übrigen Sinne durch die angenehmsten Empfindungen zu ergötzen, auf einem weichen Lager zu schlafen und den Genuss aller dieser Dinge dir ohne Mühe und Arbeit zu verschaffen. Solltest du jemals um die Mittel dazu verlegen sein, so fürchte nicht, daß ich dir körperliche oder geistige Anstrengungen aufbürden werde. Im Gegenteil. Du wirst nur die Früchte fremden Fleißes zu genießen und nichts auszuschlagen haben, was dir Gewinn bringen kann. Denn meinen Freunden gebe ich das Recht, alles zu benutzen. Als Herakles diese lockenden Anerbietungen hörte, sprach er verwundert, O Weib, wie ist denn aber dein Name? Meine Freunde, antwortete sie, nennen mich die Glückseligkeit, meine Feinde hingegen, die mich herabsetzen wollen, geben mir den Namen der Liederlichkeit. Mittlerweile war auch die andere Frau herzugetreten. Auch ich, sagte sie, komme zu dir, lieber Herakles, denn ich kenne deine Eltern, deine Anlagen und deine Erziehung. Dies alles gibt mir die Hoffnung, du würdest, wenn du meine Bahn einschlagen wolltest, ein Meister in allem Guten und Großen werden. Doch will ich dir keine Genüsse vorspiegeln, will dir die Sache darstellen, wie die Götter sie gewollt haben. Wisse also, dass von allem, was gut und wünschenswert ist, die Götter den Menschen nichts ohne Arbeit und Mühe gewähren. Wünschest du, dass die Götter dir gnädig seien, so musst du die Götter verehren. Willst du, dass deine Freunde dich lieben, so musst du deinen Freunden nützlich werden. Strebst du, von einem Staate geehrt zu werden, so musst du ihm Dienste leisten. Willst du das ganz Griechenland dich um deiner Tugend willen bewundere, so musst du Griechenlands Wohltäter werden. Willst du ernten, so musst du säen. Willst du kriegen und siegen, so musst du die Kriegskunst erlernen. Willst du deinen Körper in der Gewalt haben, so musst du ihn durch Arbeit und Schweiß abhärten. Hier fiel ihr die Liederlichkeit in die Rede. Siehst du wohl, lieber Herakles, sprach sie, was für einen langen, mühseligen Weg dich dieses Weib zur Zufriedenheit führt? Ich hingegen werde dich auf dem kürzesten und bequemsten Pfade zur Seligkeit leiten. Elende, erwiderte die Tugend, wie kannst du etwas Gutes besitzen, oder welches Vergnügen kennst du, die du jeder Lust durch Sättigung zuvorkommst? Du issest, ehe dich hungert und trinkest, ehe dich dürstet. Um die Esslust zu reizen, suchst du Köche auf, um mit Lust zu trinken, schaffst du dir kostbare Weine an und des Sommers gehst du umher und suchest nach Schnee. Kein Bett kann dir weichlich genug sein, deine Freunde lässt du die Nacht durch prassen und den besten Teil des Tages verschlafen. Darum hüpfen sie auch sorglos und geputzt durch die Jugend dahin und schleppen sich mühselig und im Schmutze durch das Alter, beschämt über das, was sie getan und fast erliegend unter der Last dessen, was sie tun müssen. Und du selbst, obwohl unsterblich, bist gleichwohl von den Göttern verstoßen und von guten Menschen verachtet. Was dem Ohre am lieblichsten klingt, dein eigenes Lob hast du nie gehört, was das Auge mehr als alles erfreut, dein eigenes gutes Werk hast du nie gesehen. Ich hingegen habe mit den Göttern, habe mit allen guten Menschen Verkehr. An mir besitzen die Künstler eine willkommene Gehilfin, an mir die Hausväter eine treue Wächterin, an mir hat das Gesinde einen liebreichen Beistand. Ich bin eine redliche Teilnehmerin an den Geschäften des Friedens, eine zuverlässige Mitkämpferin im Kriege, die treueste Genossin der Freundschaft. Speise, Trank und Schlaf schmeckt meinen Freunden besser als den Trägen. Die Jüngeren freuen sich des Beifalls der Alten, die Älteren der Ehre bei den Jungen. Mit Vergnügen erinnern sie sich an ihre früheren Handlungen und fühlen sich bei ihrem jetzigen Tun glücklich. Durch mich sind sie geliebt von den Göttern, geliebt von den Freunden, geachtet vom Vaterland. Und kommt das Ende, so liegen sie nicht ruhmlos in Vergessenheit begraben, sondern, gefeiert von der Nachwelt, blühen sie fort im Angedenken aller Zeiten. Zu solchem Leben, Herakles, entschließe dich. Vor dir liegt das Seligste los. Des Herakles erste Taten Die Gestalten waren verschwunden und Herakles wieder allein. Er war entschlossen, den Weg der Tugend zu gehen. Auch fand er bald Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Griechenland war damals noch voll von Wäldern und Sümpfen, von grimmigen Löwen, wütenden Ebern und anderen Ungeheuern durchstreift. Das Land von diesen Untieren zu säubern und von den Räubern zu befreien, die dem Wanderer in den Einöden auflauerten, war der alten Helden größtes Verdienst. Auch dem Herakles war dieser Beruf angewiesen. Zu den Seinigen zurückgekehrt hörte er, dass auf dem Berge Kithairon, an dessen Fuße die Herden des Königs Amphitryon weideten, ein entsetzlicher Löwehause. Der junge Held war, nach den Worten, die er soeben gehört, bald entschlossen. Er stieg bewaffnet hinauf ins wilde Waldgebirge, bezwang den Löwen, warf seine Haut um sich und setzte den Rachen als Helm auf. Während er von dieser Jagd heimkehrte, begegneten ihm Herolde des Minierköniges Erginos, welche einen schimpflichen und ungerechten Jahrestribut von den Thebanern in Empfang nehmen sollten. Herakles, der sich von der Tugend zum Anwalt aller Unterdrückten geweiht fühlte, ward mit den Boten, die sich aller Misshandlungen des Landes erlaubt hatten, bald fertig und schickte sie mit Stricken um den Nacken, verstümmelt ihrem Könige zurück. Erginos verlangte die Auslieferung des Täters und Creon, der König der Thebaner aus Furcht vor der drohenden Gewalt, war geneigt, seinen Willen zu tun. Da beredete Herakles eine Menge mutiger Jünglinge, mit ihm dem Feinde entgegenzugehen. Nun war aber in keinem Bürgerhause eine Waffe zu finden, denn Neminier hatten die ganze Stadt entwaffnet, damit den Thebanern kein Gedanke an einen Aufstand kommen sollte. Da rief Athene den Herakles in ihren Tempel und rüstete ihn mit ihren eigenen Waffen aus. Die Jünglinge aber griffen zu den in den Tempeln aufgehängten Waffenrüstungen, welche die Vorfahren erbeutet und den Göttern geweiht hatten. So ausgerüstet zog der Held mit seiner kleinen Mannschaft den herannahenden Minion bis zu einem Engpasse entgegen. Hier konnte dem Feind die Größe seiner Kriegsmacht nichts nützen. Erginos selbst fiel in der Schlacht und fast sein ganzes Heer wurde aufgerieben. Aber in dem Gefechte war auch Amphitrion, des Herakles Stiefvater, der wacker mitgekämpft hatte, umgekommen. Herakles rückte nach der Schlacht schnell gegen Orchomenos, die Hauptstadt der Minia vor, trang zu den Toren ein, verbrannte die Königsburg und zerstörte die Stadt. Ganz Griechenland bewunderte die außerordentliche Tat und der Thebaner König Creon, das Verdienst des Jünglings zu ehren, gab ihm seine Tochter Megara zur Ehe, die dem Helden drei Söhne gebar. Die Götter selbst beschenkten den siegreichen Halbgott, Hermes gab ihm Goldenen Köcher, Athene einen Waffenrock. Herakles im Gigantenkampfe Der Held fand bald eine Gelegenheit, den Göttern für so große Auszeichnungen einen glänzenden Dank abzustatten. Die Giganten, Riesen mit schrecklichen Gesichtern, langen Haaren und Bärten, geschubbten Drachen Schwänzen statt der Füße, ungeheuer, welche die Gaia oder Erde, dem Uranos, Himmel geboren, wurden von ihrer Mutter gegen Zeus, den neuen Weltbeherrscher, aufgewiegelt, weil dieser ihre Elternsöhne, die Titanen, in den Tartaros verstoßen hatte. Sie brachen aus dem Erebos der Unterwelt auf dem weiten Gefilde von Phlegra in Thessalien hervor. Aus Furcht vor ihrem Anblick erblassten die Gestirne und Phöbos drehte den Sonnenwagen um. Geht hin und rächet mich und die alten Götterkinder, sprach die Mutter Erde. An Prometheus frisst der Adler, an Titios zehrt der Geier, Atlas mußt den Himmel tragen, die Titanen liegen in Banden, geht, recht, rettet sie, die Braucht braucht die Berge zu Stufen zu Waffen, ersteigt die gestirnten Burgen, du Tifheus reiß dem Gewaltherrscher Zepter und Blitz aus der Hand, Enkelados du bemächtige dich des Meeres und verjage Poseidon, Röthos soll dem Sonnengotte die Zügel entreißen, Porphirion das Orakel zu Delphi erobern. Die Riesen jubelten bei diesen Worten auf, als hätten sie den Sieg schon errungen, als schleppten sie schon den Poseidon oder den Ares in Triumphe daher und zerrten den Apollo am herrlichen Lockenhaar. Der eine nannte schon Aphrodite sein Weib, ein anderer wollte Artemis ein dritter Athene freien. So zogen sie den thessalischen Bergen zu, um von dort aus den Himmel zu stürmen. Indessen rief Iris, die Götterbotin, alle himmlischen zusammen, alle Götter, die in Wasser und Flüssen wohnen, selbst die Mahnen aus der Unterwelt beschwor sie herauf. Persephone verließ ihr schattiges Reich und ihr Gemahl, der König der Schweigenden, fuhr mit seinen lichtscheuen Rossen zum strahlenden Olymp empor. Wie in einer belagerten Stadt die Bewohner von allen Seiten zusammenlaufen, ihre Burg zu schirmen, so kamen die vielgestalteten Gottheiten am Vaterherde zusammen. Versammelte Götter redete sie Zeus an. Ihr seht, wie die Mutter Erde mit einer neuen Brut sich gegen uns verschworen hat. Auf und sendet ihr so viele Leichen hinunter, als sie uns Söhne heraufschickt. Als der Göttervater geendet, ertönte die Wetterposaune vom Himmel und Gaia drunten antwortete mit einem donnernden Erdbeben. Die Natur geriet in Verwirrung wie bei der ersten Schöpfung. Denn die Giganten rissen einen Berg nach dem anderen aus seinen Wurzeln, schleppten den Ossa, den Pelion, den Oeta, den Athos herbei, brach den Rhodope mit der Hälfte des Hebrusquelles ab, und auf dieser Leiter von Gebirgen zum Göttersitz empor geklommen, fingen sie an, mit Feuerbränden von Eichen und ungeheuren Felsenstücken den Olymp zu stürmen. Nun war den Göttern ein Orakelspruch erteilt worden, dass von den himmlischen keiner der Giganten vernichtet werden könnte, wenn nicht ein Sterblicher mitkämpfte. Gaia hatte dies in Erfahrung gebracht und suchte deswegen nach einem Arzneimittel, das ihre Söhne auch gegenüber von Sterblichen unverletzlich machte. Und es war wirklich ein solches Kraut gewachsen. Aber Zeus kam ihr zuvor. Er verbot der Morgenröte dem Mond und der Sonne zu scheinen und während Gaia in der Finsternis herumsuchte, schnitt er die Arzneikräuter eilig selbst ab und ließ seinen Sohn Herakles durch Athene zur Teilnahme am Kampfe auffordern. Auf dem Olymp war inzwischen der Streit schon entbrannt. Aris hatte seinen Kriegswagen mit den wiehernden Rossen mitten in die dichteste Schar der heranstürzenden Feinde gelenkt. Sein goldener Schild brannte heller als Feuer, schimmernd flatterte die Mähne seines Helmes. Im Kampfgetümmel durchbohrte er den Giganten Peloros, dessen Füße zwei lebendige Schlangen waren. Dann fuhr er über die sich krümmenden Glieder des Gefallenen zermalmend mit seinem Wagen hin. Aber erst bei des sterblichen Herakles Anblick, der eben die letzte Stufe des Olymp erstiegen hatte, hauchte das Ungeheuer seine drei Seelen aus. Herakles sah sich auf dem Schlachtfelde um und erkor sich ein Ziel seines Bogens. Sein Pfeilschuss streckte den Alcyoneus nieder, der als bald in die Tiefe stürzte, aber sobald er seinen Heimatboten berührt hatte, mit erneuter Lebenskraft sich wieder erhob. Auf den Rat der Athene stieg auch Herakles hinab und schleppte ihn über die Grenze seines Geburtslandes hinaus, und so wie der Riese auf fremder Erde angekommen war, entfuhr ihm der Atem. Jetzt ging der Gigant Porphyrion in drohender Stellung auf Herakles und Hera zugleich los, um einzeln mit ihnen zu kämpfen. Aber Zeus flößte ihm schnell der Göttin zu schauen, und während er an Heras umhüllendem Schleier zerrte, traf ihn Zeus mit dem Donner, und Herakles tötete ihn vollends mit einem Pfeile. Bald rannte aus der Schlachtreihe der Giganten Ephialtes mit funkelnden Riesenaugen hervor. Das sind helle Zielscheiben für unsere Pfeile, sprach lachend Herakles zu dem neben im kämpfenden Phöbos Apollo, und nun schoss ihm der Gott das linke und der Halbgott das rechte Auge aus dem Kopf. Den Eurythos schlug Dionysos mit seinem Tyros Stabe nieder. Ein Hagel glühender Eisenschlacken aus Sephestos Hand warf den Klithios zu Boden. Auf den fliehenden Enkelados schleuderte Pallas Athene die Insel Sizilien. Der Riese Bolibotes von Poseidon über das Meer verfolgt, flüchtete sich nach Kos, aber der Meer Gott riß ein Stück dieser Insel ab und bedeckt ihn damit. Hermes, den Helm des Pluto auf dem Kopfe, erschlug den Hippolytos, zwei andere trafen der Parzen eherne Keulen. Die übrigen schmetterte Zeus mit seinem Donner nieder und Herakles erschoss sie mit seinen Pfeilen. Für diese Tat wurde dem Halbgott hohe Gunst von den Himmlischen zuteil. Zeus nannte diejenigen unter den Göttern, welche den Kampf mit Ausfechten geholfen, Olympia, um durch diesen Ehrennamen die Tapfern von den Feigen zu unterscheiden. Dieser Benennung würdigte er nun auch zwei Söhne sterblicher Weiber, den Dionysos und den Herakles. Herakles und Eurysteus Vor des Herakles Geburt hatte Zeus im Rate der Götter erklärt, der erste Perseus Enkel, welcher geboren werden würde, sollte der Beherrscher aller übrigen Nachkommen des Perseus werden. Diese Ehre war seinem und Alkmenens Sohne zugedacht, aber Heras Hinterlist, welche dieses Glück dem Sohne der Nebenbuhlerin nicht zuvor und ließ den Eurysteus, der auch ein Enkel des Perseus war, obwohl er später als Herakles zur Welt kommen sollte, früher geboren werden. Dadurch war Eurysteus König zu Mykene im Argiver Lande und der später geborene Herakles ihm unterworfen. Jener sah mit Besorgnis den steigenden Ruhm seines jungen Verwandten und berief ihn, als seinen Untertan zu sich, um ihm verschiedene Arbeiten aufzutragen. Da Herakles nicht gehorchte, so ließ Zeus selbst, der seinem Ratschlüsse nicht zuwiderhandeln wollte, seinem Sohn befehlen, dem Argiver Könige seine Dienste zu widmen. Aber der Halbgott entschloss sich ungerne der Diener eines Sterblichen zu sein. Er ging nach Delphi und befragte das Orakel darüber. Dieses gab ihm zur Antwort, die von Eurystheus erschlichene Oberherrschaft sei von den Göttern dahin gemildert, dass Herakles zehn Arbeiten, welche jener ihm auferlegen würde, zu vollbringen habe. Wenn solches geschehen sei, sollte er der Unsterblichkeit teilhaftig werden. Herakles fiel hierüber in tiefe Schwermut. Einem Geringeren zu Dienen widerstrebte seinem Selbstgefühl und deuchte ihm unter seiner Würde, aber Zeus, dem Vater nicht zu gehorchen, erschien ihm unheilbringend und unmöglich zugleich. Diesen Augenblick ersah sich Hera, aus deren Seele die Verdienste des Herakles um die Götter den Hass nicht zu tilgen vermocht hatten und verwandelte seinen düstern Unmut in wilde Raserei. Er kam so ganz von Sinnen, dass er seinen geliebten Neffen Iolaos ermorden wollte und als dieser entfloh, erschoss er seine eigenen Kinder, die ihm Megara geboren hatte im Warne, sein Bogen Ziele nach Giganten. Es wehrte lange, bis er von diesem Wahnsinn wieder frei wurde. Als er zur Erkenntnis seines Irrtums kam, bekümmerte er sich tief über sein schweres Unglück, verschloss sich in sein Haus und vermied allen Verkehr mit den Menschen. Als endlich die Zeit seinen Kummer linderte, entschloss er sich, die Aufträge des Oristeus zu übernehmen. Die drei ersten Arbeiten des Herakles Die Erste Arbeit, welche dieser König ihm auferlegte, bestand darin, dass Herakles ihm das Fell des nemeischen Löwen herbeibringen sollte. Dieses Ungeheuer hauste auf dem Peloponnes in den Wäldern zwischen Kleonai und Nemea in der Landschaft Argolis. Der Löwe konnte mit keinem menschlichen Waffen verwundet werden. Die einen sagten, er sei ein Sohn des Riesen Typhon und der Schlange Echidna. Die anderen, er sei vom Mond auf die Erde herabgefallen. Also zog Herakles gegen den Löwen aus, den Köcher auf dem Rücken, den Bogen in der einen Hand, in der anderen eine Keule aus dem Stamme eines wilden Ölbaumes, den er selbst auf dem Helikon angetroffen und mitsamt den Wurzeln ausgerissen hatte. Als er in den Wald von Nemea kam, ließ Herakles seine Augen nach allen Seiten schweifen, um das reißende Tier zu entdecken, ehe er von ihm erblickt würde. Es war Mittag und nirgends konnte er die Spur des Löwen bemerken, nirgends den Pfad zu seinem Lager erkunden. Denn keinen Menschen traf er auf dem Felde bei den Stieren oder im Walde bei den Bäumen an. Alle hielt die Furcht in ihre fernen Gehöfte verschlossen. Den ganzen Nachmittag durchstreift er den dicht belaubten Hain, entschlossen seine Kraft zu erproben, sobald er des Ungeheuers ansichtig würde. Endlich gegen Abend kam der Löwe auf einem Waldwege gelaufen, um vom Fang in seinen Erdspalt zurückzukehren. Er war von Fleisch und Blut gesättigt, Kopf, Mähne und Brust troffen von Mord, mit der Zunge leckte er sich das Kinn. Der Held, der ihn von Ferne kommen sah, rettete sich in einen dichten Waldbusch, wartete, bis der Löwe näher kam und schoss ihm dann einen Pfeil in die Flanken zwischen Rippen und Hüfte. Aber das Geschoss drang nicht ins Fleisch, es prallte wie von einem Steine ab und flog zurück auf den mosigen Waldboden. Das Tier hob seinen zur Erde gekehrten blutigen Kopf empor, ließ die Augen so streckte es dem Halbgotte die Brust entgegen und dieser sandte schnell einen zweiten Pfeil ab, um ihn mitten in den Sitz des Atems zu treffen. Aber auch diesmal drang das Geschoss nicht bis unter die Haut, sondern prallte von der Brust ab und fiel zu den Füßen des Ungetüms nieder. Herakles griff eben zum dritten Pfeile, als der Löwe die Augen seitwärts drehend ihn erblickte. Er zog seinen langen Schweif an sich bis zu den hinteren Kniekehlen, sein ganzer Nacken schwoll von Zorn auf, unter Murren sträubte sich seine Mähne, sein Rücken wurde krumm wie ein Bogen. Er sann auf Kampf und ging mit einem Sprung auf seinen Feind los. Herakles aber warf seine Pfeile aus der Hand und seine eigene Heule und versetzte ihm einen Schlag auf den Nacken, dass es mitten im Sprunge wieder zu Boden stürzte und auf zitternden Füßen zu stehen kam, mit dem Kopf wackelnd. Ehe es wieder aufatmen konnte, kam ihm Herakles zuvor. Er warf auch noch Bogen und Köcker zu Boden, um ganz ungehindert zu sein, nahte dem Untier von hinten, schlang die Arme Hades zurücksandte. Lange versuchte er vergebens, die Haut des Gefallenen abzuweiden, sie wich keinem Eisen, keinem Steine. Endlich kam ihm in den Sinn, sie mit den Klauen des Tieres selbst abzuziehen, was auch sogleich gelang. Später verfertigte er sich aus diesem herrlichen Löwenfell einen Panzer und aus dem Rachen einen neuen Helm. Für jetzt aber nahm er Kleid und Waffen, in denen er gekommen war, wieder zu sich und machte sich, das Fell des nemaischen Löwen über den Arm gehängt, auf den Rückweg. Als der König Eurysteus ihn mit der Hülle des grässlichen Tieres daherkommen sah, geriet er über die göttliche Kraft des Helden in solche Angst, dass er in einen ehrenen Topf kroch. Auch ließ er Fortin den Herakles nicht mehr unter seine Augen kommen, sondern ihm seine Befehle nur außerhalb der Mauern durch Krupreus einen Sohn des Pelops zufertigen. Die zweite Arbeit des Helden war, die Hydra zu erlegen, die ebenfalls eine Tochter des Typhon und der Echidna war. Sie war zu Argolis im Sumpfe von Lerna aufgewachsen und pflegte aufs Land herauszukommen, die Herden zu zerreißen und das Feld zu verwüsten. Dabei war sie unmäßig groß, eine Schlange mit neun Häuptern, von denen acht sterblich, das in der Mitte stehende aber unsterblich war. Herakles ging auch diesem Kampfe mutig entgegen. Er bestieg sofort einen Wagen. Sein geliebter Neffe Iolaos, der lange Zeit sein unzertrennlicher Gefährde blieb, setzte sich als Rosse-Lenker ihm an die Seite und so ging es im Fluge Lerna zu. Endlich wurde die Hüder auf einem Hügel bei den Quellen der Amimone sichtbar, wo sich ihre Höhle befand. Hier ließ Iolaos die Pferde halten. Herakles sprang vom Wagen und zwang durch Schüsse mit brennenden Pfeilen, die vielköpfige Schlange, ihren Schlupfwinkel zu verlassen. Sie kam zischend hervor und ihre neuen Hälse schwankten emporgerichtet auf dem Leibe wie die Äste eines Baumes im Sturm. Herakles ging unerschrocken ihr entgegen, packte sie kräftig und hielt sie fest, sie aber umschlang einen seiner Füße, ohne sich auf weitere Gegenwehr einzulassen. Nun fing er an, mit seiner Keule ihr die Köpfe zu zerschmettern. Aber er konnte nicht zum Ziele kommen. War ein Haupt zerschlagen, so wuchsen deren Helden empfindlich am Fuß fasste. Den tötete er jedoch mit seiner Keule und rief dann den Iolaus zu Hilfe. Dieser hatte schon eine Fackel gerüstet. Er zündete damit einen Teil des nahen Waldes an und mit den Bränden überfuhr die neu wachsenden Häupter der Schlange bei ihrem ersten Empor Keimen und hinderte sie so hervor zu treiben. Auf diese Weise wurde der Held der empor wachsenden Köpfe Meister und schlug nun der Hüder auch das unsterbliche Haupt ab. Dieses begrube am Wege und wälzte einen schweren Stein darüber. Den Rumpf der Hüder spaltete er in zwei Teile, seine Pfeile aber tauchte er in ihr Blut, das giftig war. Seitdem schlug des Heldengeschoss unheilbare Wunden. Der dritte Auftrag des Eurysteus war, die Hirschkuh Kerenitis lebendig zu fangen. Dies war ein herrliches Tier, hatte goldene Geweihe und eherne Füße und weidete auf einem Hügel Arkadiens. Sie war eine der fünf Hindinnen gewesen, an welchen die Göttin Artemis ihre erste Jagdprobe abgelegt hatte. Diese allein von den Fünften hatte sie wieder in die Wälder laufen lassen, weil es vom Schicksal beschlossen war, Herakles sich einmal daran müde jagen sollte. Ein ganzes Jahr verfolgte er sie und holte die Hindin endlich am Flusse Lardon ein. Doch wusste er des Tieres nicht auf andere Weise meister zu werden, als dass er es durch einen Pfeilschuss lähmte und dann auf seinen Schultern durch Arkadien trug. Hier begegnete ihm die Göttin Artemis Diana mit Apoll. Schalt ihn, dass er das Tier, das ihr geheiligt war, habe töten wollen und machte Miene ihm die Beute zu entreißen. Nicht Mutwille hat mich bewogen, große Göttin sprach Herakles zu seiner Rechtfertigung. Die Notwendigkeit hat mich gezwungen, es zu tun. Wie könnte ich sonst vor Eures Teus bestehen? So besänftigte er den Zorn der Göttin und brachte das Tier lebendig nach Mykene. Die vierte Arbeit des Herakles bis zur sechsten. Sofort ging es an die vierte Unternehmung. Sie bestand darin, den erimantischen Eber, der gleichfalls der Artemis geheiligt, die Gegend des Berges Erimantus verwüstete, lebendig nach Mykene zu liefern. Auf seiner Wanderung nach diesem Abenteuer kehrte Herakles unterwegs bei Pholos, dem Sohne des Silenos ein. Dieser, der wie alle Zentauren halb Mensch halb Ross war, empfing seinen Gast sehr freundlich und setzte ihm das Fleisch gebraten vor, während er es selbst roh verzehrte. Aber Herakles begehrte zu der feinen Mahlzeit auch einen guten Trunk. Lieber Gast, sprach Pholos. Es liegt wohl ein Fass in meinem Keller, dieses aber gehört allen Zentauren gemeinschaftlich zu, und ich trage Bedenken, es öffnen zu lassen, weil ich weiß, wie wenig die Zentauren nach Gästen fragen. Öffne es nur guten Mut, erwiderte Herakles, ich verspreche dir, gegen alle ihre Anfälle zu verteidigen. Mich dürstet. Es hatte aber dieses Fass Bakchios, der Gott des Weines selbst einem Zentauren dem Befehle übergeben, dasselbe nicht eher zu öffnen, als bis nach vier Menschenaltern Herakles in dieser Gegend einkehren würde. So ging den Pholos in den Keller. Kaum aber hat er das Fass eröffnet, so rochen die Zentauren den Duft des starken alten Weines und umringten haufenweise herbeiströmend mit Felsstücken und Fichtenstämmen bewaffnet die Höhle des Pholos. Die Ersten, die es wagten einzudringen, jagte Herakles mit geschleuderten Feuerbränden zurück, die übrigen verfolgte er mit Pfeilschüssen bis nach Malea, wo der gute Zentaur Chiron, des Herakles alter Freund, wohnte. Zu diesem flüchteten seine Stammesbrüder. Aber Herakles hatte, als sie eben mit ihm zusammentrafen, mit dem Bogen auf sie gezielt und schoss einen Pfeil unglücklicherweise in das Knie Chirons fuhr und dort stecken blieb. Jetzt erst erkannte Herakles den Freund seiner früheren Tage, lief bekümmert hinzu, zog den Pfeil heraus und legte ein Heilmittel auf, das der Arzneikundige Chiron selbst hergegeben hatte. Aber die Wunde vom Gifte der Hüder durchdrungen war unheilbar. Der Zentaur ließ sich in seine Höhle bringen und vergeblicher Wunsch. Der Arme hatte nicht daran gedacht, dass er zu seiner Qual unsterblich sei. Herakles nahm von dem Gequälten unter vielen Tränen Abschied und versprach ihm, es koste was es wolle, den Tod den Erlöser zu senden. Wir wissen aus der Sage von Prometheus, dass er Wort gehalten hat. Als Herakles von der Verfolgung der übrigen Zentaurin in seines Freundes Höhle auch tot. Dieser hatte aus einem Zentaurin Leichnam den Todespfeil gezogen. Während er sich nun wunderte, wie ein so kleines Ding so große Geschöpfe hatte niederwerfen können, entglitt das vergiftete Geschoss seiner Hand, fuhr ihm in den Fuß und tötete ihn auf der Stelle. Herakles war sehr betrübt. Er bestattete ihn ehrenvoll, indem er ihn unter den Berg legte, der seitdem Folohe genannt ward. Dann ging er weiter, den Eber zu jagen. Er trieb denselben mit Geschrei aus dem Dickicht des Waldes hervor, verfolgte ihn ins tiefe Schneefeld, fing hier das erschöpfte Tier mit einem Stricke und brachte es, wie ihm befohlen war, lebendig nach Mykene. Darauf schickte ihn der König Euristois zur fünften Arbeit fort, die eines Helden wenig würdig Tage ausmisten. Augias war König in Elis und hatte eine Menge Viehherden. Sein Vieh stand nach Art der Alten in einer großen Verzäunung vor dem Palaste. Dreitausend Rinder hatten da geraume Zeit gestanden und so hatte sich seit vielen Jahren eine unendliche Menge Mist angehäuft, die nun Herakles zur Schmach und was unmöglich schien in einem einzigen Tage hinaus schaffen sollte. Als der Held vor den König Augias trat und ohne etwas von dem Auftrage des Euristeus zu erwähnen, sich zu dem genannten Dienste erbot, maß dieser die herrliche Gestalt in der Löwenhaut und konnte kaum das Lachen unterdrücken, wenn er dachte, dass einen so edlen Krieger nach so gemeinem Knechts Dienste gelüsten könne. Indessen dachte er bei sich, der Eigennutz hat schon manchen wackern Mann verführt. Es mag sein, dass er sich an mir bereichern will, das wird ihm wenig helfen. Ich darf ihm immerhin einen großen Lohn versprechen, wenn er mir den ganzen Stall ausmistet, denn er wird in dem einen Tage wenig genug hinaustragen. Darum sprach er getrost, höre, Fremdling, wenn du das kannst und mir an einem Tage all den Mist hinausschaffest, so will ging die Bedingung ein und der König dachte nun nicht anders, als dass er zu schaufeln anfangen würde. Herakles aber, nachdem er zuvor den Sohn des Augias, Philoes, zum Zeugen jenes Vertrages genommen hatte, riss den Grund des Viehhofs auf der einen Seite auf, leitete die nicht weit davon fließenden Ströme Alpheos und Peneos durch einen Kanal herzu und ließ sie den so vollzog er einen schmachvollen Auftrag, ohne zu einer Handlung sich zu erniedrigen, die eines Unsterblichen unwürdig gewesen wäre. Als aber Augias erfuhr, dass dies von Herakles als Auftrag des Euristeus geschehen sei, verweigerte er den Lohn und leugnete geradezu ihn versprochen zu haben, doch erklärte er sich bereit, die Streitsache einem richterlichen Spruche anheim zu stellen. Als die Richter beisammensaßen, das Urteil zu fällen, trat Philoes von Herakles aufgefordert auf, zeugte gegen seinen eigenen Vater und erklärte, dass dieser allerdings über einen Lohn mit Herakles übereingekommen sei. Augias wartete den Spruch nicht ab, er ergrimmte und befahl dem Sohne wie dem Fremdling, sein Reich auf der Stelle zu verlassen. Herakles kehrte nun unter neuen Abenteuern zu Eurysteus zurück. Dieser aber wollte die eben vollbrachte Arbeit nicht gültig sein lassen, weil Herakles Lohn dafür gefordert habe. Dennoch schickte er ihn sogleich wieder auf ein sechstes Abenteuer aus und gab ihm auf, die Stymphaliden zu verjagen. Dies waren ungeheure Raubvögel, so groß wie Kraniche, mit eisernen Flügeln, Schnäbeln und Klauen versehen. Sie hausten um den See wie Pfeile abzudrücken und mit ihren Schnäbeln selbst eher ne Panzer zu durchbrechen. Dadurch richteten sie in der Umgegend unter Menschen und Vieh große Verwüstungen an, und wir kennen sie schon vom Argonautenzuge her. Herakles, des Wanderns gewohnt, langte nach kurzer Reise bei dem See an, der von einem großen Gehölze dicht umschattet ruhte. In diesem Wald hatte sich Herakles stand ratlos da, als er die ungeheure Menge erblickte und wußte nicht, wie er über so viele Feinde Meister werden sollte. Auf einmal fühlte er einen leichten Schlag auf der Schulter. Hinter sich blickend ward er Athenes Riesenerscheinung gewahr, die ihm zwei mächtige Eherne Klappern in die Hände gab, welche er fest ihr verfertigt hatte. Sie bedeutete ihm, diese gegen des Thymphaliden und verschwand wieder. Herakles bestieg nun eine Anhöhe in der Nähe des Sees und schreckte die Vögel, indem er die Klappern zusammenschlug. Diese hielten das gellende Getöse nicht aus, sondern flogen furchtsam aus dem Walde hervor. Darauf griff Herakles zum Bogen, legte Pfeil um Pfeil an und schoss ihre viele im Fluge weg. Die anderen verließen die Gegend und kamen nicht wieder. Die siebente, achte und neunte Arbeit des Herakles Der König Minos in Kreta hatte dem Gotte Poseidon Neptun versprochen, ihm zu opfern, was zuerst aus dem Meere auftauchen würde. Denn Minos hatte behauptet, dass er kein Tier besitze, das würdig sei, zu einem so hohen Opfer zu dienen. Darum ließ der Gott einen ausnehmend schönen Stier aus dem Meere aufsteigen. Den König aber verleitete die herrliche Gestalt des Tieres, das sich seinen Blicken darbot, dasselbe heimlich unter seine Herden zu stecken und dem Poseidon einen anderen Stier als Opfer unter zu schieben. Hierüber erzürnt hatte der Meer Gott zur Strafe den Stier rasend werden lassen und dieser richtete nun ihn zu bändigen und vor Euristeus zu bringen wurde dem Herakles als siebende Arbeit aufgetragen. Als er mit seinem Ansinnen nach Kreta und vor Minos kam, war dieser nicht wenig erfreut über die Aussicht, den Verderber der Insel loszuwerden, ja, er half ihm selbst, das wütende Tier einzufangen, und die Heldenkraft des Herakles bändigte den rasenden Ochsen so gründlich, dass, um den Stier nach dem Peloponnese zu schaffen, er sich von demselben auf dem ganzen Wege nach der See wie von einem Schiffe tragen ließ. Mit dieser Arbeit war Euristeus zufrieden, ließ jedoch das Tier, nachdem er es eine kurze Zeit mit Wohlgefallen betrachtet, sofort wieder frei. Als der Stier nicht mehr im Banne des Herakles war, kehrte seine alte Raserei zurück, er durchirrte ganz Lakonien und Arkadien streifte über den Istmos nach Marathon in Attica und verheerte hier das Land wie vor dem auf der Insel Kreta. Erst dem Theseus gelang es später, Meister über ihn zu werden. Als achte Arbeit nun trug sein Vetter dem Herakles auf, die Stuten des Thrakis Diomedes nach Mykene zu bringen. Dieser war ein Sohn des Ares und König der Pistonen eines sehr kriegerischen Volkes. Er besaß Stuten, die so wild und stark waren, dass man sie an eherne Krippen und mit eisernen Ketten band. Ihr Futter bestand nicht aus Hafer, sondern die Fremdlinge, welche das Unglück hatten, in die Stadt des Königes zu kommen, wurden ihnen vorgeworfen und das Fleisch derselben diente den Rossen zur Nahrung. Als Herakles ankam, war sein erstes, den unmenschlichen König selbst zu fassen und ihn seinen eigenen Stuten vorzuwerfen, nachdem er die bei den Krippen aufgestellten Wächter übermannt hatte. Durch diese Speise wurden die Tiere zahm und er trieb sie nun ans Gestade des Meeres. Aber die Bistonen kamen unter Waffen hinter ihm her, sodass Herakles sich umwenden und gegen sie kämpfen musste. Er gab die Tiere seinem Liebling und Begleiter Abderos, dem Sohne des Hermes, zu bewachen. Als Herakles fort war, kam die Stuten wieder ein Gelüster nach Menschenfleisch an, und Herakles fand, als er die Bistonen in die Flucht geschlagen hatte und zurückgekehrt war, seinen Freund von den Rossen zerrissen. Er betrauerte den Dann bändigte er die Stuten wieder und gelangte glücklich mit ihnen zu Euristeus. Dieser weihte die Pferde der Hera, ihre Nachkommenschaft dauerte noch lange fort, ja der König Alexander von Makedonien ritt noch auf einem Abkömmling derselben. Nachdem Herakles diese Arbeit ausgeführt, schiffte er sich mit dem Heere des Jason, der das goldene Vlies holen sollte, nach Kolchis ein, Wovon wir schon erzählt haben. Von langer Irrfahrt zurückgekehrt unternahm der Held den Zug gegen die Amazonen, um das neunte Abenteuer zu bestehen und das Wehrgeheng der Amazon Hypolite dem Euristeus zu bringen. Die Amazonen bewohnten die Gegend um den Fluss Thermodon in Pontus und waren ein großes Frauenvolk, das einzig Männerwerk trieb. Von ihren Kindern erzogen sie nur diejenigen, die weiblichen Geschlechts waren. In Scharen vereinigt zogen sie zu Kriegen aus. Hypolite ihre Königin trug als Zeichen ihrer Herrscherwürde den genannten Gürtel, den sie vom Kriegsgotte selbst zum Geschenk erhalten hatte. Herakles sammelte zu seinem Zuge freiwillige Kampfgenossen auf einem Schiffe, fuhr nach mancherlei Ereignissen ins Schwarze Meer und lief endlich in die Mündung des Flusses Thermodon und in den Hafen der Amazonenstatt Themyskira ein. Hier kamen die Königin der Amazonen entgegen. Das herrliche Ansehen des Helden flößte ihr Hochachtung ein, und als sie die Absicht seines Kommens erkundet, versprach sie ihm das Wehrgehenk. Aber Hera, die unversöhnliche Feindin des Herakles, nahm die Gestalt einer Amazone an, mischte sich unter die Menge der Übrigen und breitete das Gerücht aus, dass ein Fremder ihre Königin entführe. Augenblicklich schwangen sich alle Männinnen zu Pferde und griffen den Halbgott in dem Lager an, das er vor der Stadt aufgeschlagen hatte. Die gemeinen Amazonen fochten mit den Kriegern aber stellten sich ihm selbst gegenüber und bereiteten ihm einen schweren Kampf. Die erste, die den Streit mit ihm begann, hieß von ihrer Schnelligkeit Aella oder Windsbraut, aber sie fand an Herakles einen noch schnelleren Gegner, musste weichen und ward auf windschneller Flucht von ihm eingeholt und niedergemacht. Eine zweite fiel auf den ersten Angriff, dann Brothoe, die dritte, die siebenmal im Zweikampf gesiegt hatte. Nach ihr erlagen acht andere, darunter drei Jagdgefährtinnen der Artemis, die sonst immer so sicher mit dem Wurfspieße getroffen hatten, nur diesmal ihr Ziel verfehlten und vergebens unter ihren Schilden sich deckend den Pfeilen des Heros erlagen. Auch Alkippe fiel, die geschworen hatte, ihr Leben lang unvermählt zu bleiben, den Schwur hielt sie, aber am Leben blieb sie nicht. Nachdem auch Melanippe die tapfere Führerin der Amazon gefangen war, griffen alle zur wilden Flucht und Hippolite, die Königin, gab das Wehrgeheng heraus, wie sie auch vor der Schlacht versprochen hatte. Herakles nahm es als Lösegeld an und gab Melanippe dafür frei. Die drei letzten Arbeiten des Herakles Als der Held das Wehrgeheng der Königin Hippolite zu Eurysteus Füßen niedergelegt hatte, gönnte diese ihm keine Rast, sondern schickte ihn sogleich wieder aus, die Rinder des Riesen Geriones herbeizuschaffen. Dieser besaß auf der Insel Erithia im Meerbus von Gadira eine Herde schöner braunroter Rinder, die ein anderer Riese und ein zweiköpfiger Hund ihm hüteten. Geriones selbst war ungeheuer groß, hatte drei Leiber, drei Köpfe, sechs Arme und sechs Füße. Kein Erdensohn hatte sich je an ihn gewagt. Herakles sah wohl, wie viele Vorbereitungen dieses beschwerliche Unternehmen erfordere. Es war weltbekannt, dass des Geriones Vater Chrysaor, der den Namen Goldschwert von seinem Reichtum hatte, König von ganz Iberien war, dass außer Geriones noch drei tapfere und riesige Söhne für ihn stritten und jeder Sohn ein zahlreiches Heer von streitbaren Männern unter seinem Befehl hatte. Eben darum hatte Oristeus dem Herakles jene Arbeit aufgetragen, denn er hoffte, auf einem Kriegszug in ein solches Land werde er sein verhasstes Leben doch endlich lassen müssen. Doch Herakles ging den Gefahren nicht erschrockener entgegen als allen seinen früheren Taten. Er sammelte seine Heere auf der Insel Kreta, die er von wilden Tieren befreit hatte, und landete zuerst in Libyen. Hier rang er mit dem Riesen Antaios, der neue Kräfte erhielt, so oft er seine Mutter die Erde berührte, aber Herakles hielt ihn in die freie Luft und drückte ihn da zu Tode. Auch reinigte er Libyen von den Raubtieren, denn er hasste wilde Tiere und ruchlose Menschen, weil er in ihnen allen das Bild des übermütigen und ungerechten Herrschers erblickte, dem er so lange dienstbar gewesen war. Nach einer langen Wanderung durch wasserlose Gegenden kam er endlich in ein fruchtbares, von Flüssen durchströmtes Gebiet. Hier gründete er eine Stadt von ungeheurer Größe und nannte sie Herkatombilos, Hunderttor. Zuletzt gelangte er an den Atlantischen Ozean gegenüber von Gadira. Hier pflanzte er die beiden berühmten Herakles-Säulen auf. Die Sonne brannte entsetzlich, Herakles ertrug es nicht länger, er richtete seine Augen nach dem Himmel und drohte mit aufgehobenen Bogen den Sonnengott niederzuschießen. Dieser bewunderte seinen Mut und lieh ihm, um weiterzukommen, die goldene Schale, in welche der Sonnengott selbst seinen nächtlichen Weg vom Niedergange bis zum Aufgange zurücklegt. Auf dieser fuhr Herakles mit seiner nebenher segelnden Flotte nach Iberien hinüber. Hier fand er die drei Söhne des Chrysaor mit drei großen Heeren, einen nicht weit vom anderen gelagert. Er tötete ihn ein, und es kam zu einem schweren Kampfe. Hera selbst erschien dem Riesen beizustehen, jedoch Herakles schoss ihr einen Pfeil in die Brust, das die Göttin verwundet entfliehen musste. Auch der dreifache Leib des Riesen, der in der Gegend des Magens zusammenlief, fing hier den tödlichen Pfeil auf und musste erliegen. Unter mancherlei Taten kam der Held nun glücklich über Italien, Illyrien und Thrakien nach Griechenland zurück und auf dem Istmos an. Jetzt hatte Herakles zehn Arbeiten vollbracht. Weil aber Eurys Zeus zwei nicht gelten ließ, musste er noch zwei weitere verrichten. Einst, bei der feierlichen Vermählung des Zeus mit Hera, als alle Götter dem erhabenen Paar ihre Hochzeitsgeschenke darbrachten, wollte auch Gaia die Erde nicht zurückbleiben. Sie ließ am Westgestade des großen Weltmeeres einen ästereichen Baum voll goldene Äpfel hervorwachsen. Vier Jungfrauen Hesperiden, genannt Töchter der Nacht, waren die Wärterinnen dieses heiligen Gartens, den außerdem noch ein hundertköpfiger Drache bewachte, Ladon, ein Sprössling des Forkis, des berühmten Vaters so vieler Ungeheuer, und der erdgeborenen Keto. Kein Schlaf kam je über die Augen dieses Drachen, und ein fürchterliches Gezisch verkündete seine Nähe, denn jede seiner hundert Kehlen ließ eine andere Stimme hören. Diesem Ungeheuer, so lautete der Befehl des Eurysteus, sollte Herakles die goldenen Äpfel der Hesperiden entreißen. Der Halbgott machte sich auf den langen und abenteuervollen Weg, auf welchen er sich dem blinden Zufall überließ, denn er wusste nicht, wo die Hesperiden wohnten. Zuerst gelangte er nach Thessalien, wo der Riese Thermeros hauste, der alle Reisenden, denen er begegnete, mit seinem harten Hirnkasten zu Tode rannte. Aber an des göttlichen Herakles Schädel zersplitterte das Haupt des Riesen. Weiter vorwärts am Flusse Echedoros kam dem Helden ein anderes Ungetüm in den Weg, Kyknos, der Sohn des Ares und der Pyrene. Dieser von dem Halbgotte nach den Gärten der Hesperiden befragt, forderte statt aller Antwort den Wanderer zum Zweikampf heraus und wurde von Herakles erschlagen. Da erschien Ares, der Gott selbst, den getöteten Sohn zu rächen und Herakles sah sich gezwungen mit ihm zu kämpfen. Aber Zeus wollte nicht, dass seine Söhne Bruderblut vergossen und ein plötzlich mitten zwischen beide geschleudeter Blitz trennte die Kämpfer. Unter mancherlei Abenteuern befreite den an den Kaukasus geschmiedeten Titanen Prometheus und gelangte endlich nach der Anweisung des Entfesselten in das Land, wo Atlas die Last des Himmels trug und in dessen Nähe der Baum mit den goldenen Äpfeln von den Hesperiden gehütet wurde. Prometheus hatte dem Halbgotte geraten, sich nicht selbst dem Raube der goldenen Früchte zu unterziehen, sondern den Atlas auf diesen Fang auszusenden. Er selbst erbot sich dafür, diesem so lange das Tragen des Himmels auf sich zu nehmen. Atlas bezeigte sich willig und Herakles stemmte die mächtigen Schultern dem Himmels Gewölbe unter. Jener dagegen machte sich auf, schläferte den um den Baum sich ringelnden Drachen ein, tötete ihn, überlistete die Hüterinnen und kam mit drei Äpfeln, die er gepflückt, glücklich zu Herakles. Aber sprach er, meine Schultern haben nun einmal empfunden, wie es schmeckt, wenn der eherne Himmel nicht auf ihnen lastet. Ich mag ihn Förder nicht wieder tragen. So warf er die diesen mit der ungewohnten unerträglichen Last stehen. Herakles musste auf eine List sinnen, um loszukommen. Lass mich, sprach er zu dem Himmelsträger, nur einen Bausch von Stricken um den Kopf winden, damit mir die entsetzliche Last nicht das Gehirn zersprengt. Atlas fand die Forderung billig und stellte sich nach seiner Meinung auf wenige Augenblicke dem Himmel wieder unter. Aber er konnte lange warten, bis Herakles ihn wieder ablöste und der Betrüger wurde zum Betrogenen. Denn jener nahm die Früchte vom Rasen auf und ging davon. Er brachte sie dem Euristeus, der sie, da sein Zweck, den Herakles aus dem Wege zu räumen, doch und so trug sie die Äpfel wieder in den Garten der Hesperiden zurück. Statt den verhassten Nebenbuhler zu vernichten, hatten die bisher ihm von Eurystheus aufgetragenen Arbeiten den Herakles nur in den Berufe verherrlicht, der ihm vom Schicksal angewiesen war. Sie hatten ihn als Vertilger jeder Unmenschlichkeit auf Erden als den echt menschlichen Wohltäter der Sterblichen dargestellt. Das letzte Abenteuer aber sollte er in einer Region bestehen, wohin ihn, so hoffte der arglistige König, seine Heldenkraft nicht begleiten würde. Ein Kampf mit den finstern Mächten der Unterwelt stand ihm bevor. Er sollte Kerberos, den Höllenhund aus dem Hades heraufbringen. Dies und er hatte drei Hundsköpfe mit grässlichen Rachen, aus denen unaufhörlich giftiger Geifer träufte, ein Trachtenschwanz hing ihm vom Leibe herunter und das Haar der Köpfe und des Rückens bildeten zischende geringelte Schlangen. Sich für diese grausenerregende Fahrt zu befähigen, ging Herakles in die Stadt Eleusis im Attischen Gebiete, wo eine Geheimlehre über göttliche Dinge der Ober- und Unterwelt von kundigen Priestern gehegt wurde und ließ sich von Morde der Zentauren entsündigt worden war. So mit geheimer Kraft, den Schrecken der Unterwelt zu begegnen ausgerüstet, wanderte er in den Peloponnes und nach der lakonischen Stadt Tainaron, wo sich die Mündung der Unterwelt befand. Hier stieg er von Hermes, dem Begleiter der Seelen geleitet, die tiefe Erdkluft hinab und kam zur Unterwelt vor die Stadt des Königes Pluto. Die Schatten, die vor den Toren der Hades Stadt traurig lust wandelten, denn in der Unterwelt ist kein heiteres Leben wie im Sonnenlichte, ergriffen die Flucht, als sie Fleisch und Blut in lebendiger Menschengestalt erblickten. Nur die Gorgone Medusa und der Geist Meleagas hielten Stand. Nach jener wollte Herakles einen Schwertstreich führen, aber Hermes fiel ihm in den Arm und belehrte ihn, dass die Seelen der abgeschiedenen leere Schattenbilder und vom Schwerte nicht verwundbar seien. Mit der Seele Meleagas dagegen unterhielt sich der Heilgott freundlich und empfing von ihm sehnsüchtige Grüße für die Oberwelt an seine geliebte Schwester Dejanira. Ganz nahe zu den Pforten des Hades gekommen, erblickte er seine Freunde Theseus und Pairithos. Der letzte hatte sich in der Unterwelt vom Andern begleitet, als Freier der Persephone eingefunden und beide waren wegen dieses frechen Unterfangens von Pluto an den Stein, auf den die Ermüdeten sich niedergelassen hatten, gefesselt worden. Als beide den befreundeten Halbgott erblickten, streckten sie flehend die Hände nach ihm aus und zitterten vor Hoffnung, durch seine Kraft die Oberwelt wieder erklimmen zu können. Denn Theseus ergriff auch Heracles wirklich bei der Hand, befreite ihn von seinen Banden und richtete ihn vom Boden, an den er gefesselt gelegen hatte, wieder auf. Ein zweiter Versuch auch den Perithos zu befreien misslang, denn die Erde fing an, ihm unter den Füßen zu beben. Vorschreitend erkannte Heracles auch den Ascalaphos, der einst verraten hatte, dass Persiphone von den rückkehrverwehrenden Granatäpfeln des Hades gegessen. Beiflung über den Verlust ihrer Tochter auf ihn gewälzt hatte. Am Tore der Totenstadt stand der König Pluto und verwehrte ihm den Eintritt. Aber das Pfeil geschoss des Heron durchbohrte den Gott an der Schulter, das er Qualen der Sterblichen empfand und als der Halbgott nun bescheidentlich um Entführung des Höllenhundes bat, sich nicht länger widersetzte. Doch forderte als Bedingung, dass Herakles desselben mächtig werden sollte, ohne die Waffen zu gebrauchen, die er bei sich führe. So ging der Held, einzig mit seinem Brustharnisch bedeckt und mit der Löwenhaut umhangen, aus, das Untier zu fahren. Er fand ihn an der Mündung des Acheron hingekauert und ohne auf das Bellen des Dreikopfs zu achten, dass wer ein sich in Widerhallen vervielfältigender dumpfer Donner tönte, nahm er die Köpfe zwischen die Beine, umschlang den Hals mit den Armen und ließ ihn nicht los, obgleich der Schwanz des Tieres, der eine lebendige Schlange war, sich vorwärts bäumte und der Drache ihn in die Weiche biß. Er hielt den Nacken des Ungetümes fest und schnürte ihn so lange zu, bis er über das ungebärdige Tier Meister ward, da er es dann aufhob und durch eine andere Mündung des Hades bei Trötzen im argotischen Lande glücklich wieder zur Oberwelt auftauchte. Als der Höllenhund das Tageslicht erblickte, entsetzte er sich und fing an, den Geifer von sich zu speien. Davon wuchs der giftige Eisenhut aus dem Boden hervor. Herakles brachte das Ungeheuer in Fesseln sofort nach Tyrrins und hielt es dem staunenden Eurystheus, der seinen Augen nicht traute, entgegen. Jetzt verzweifelte der König daran, jemals des verhassten Zeus Sohnes loszuwerden, ergab sich in sein Schicksal und entließ den Helden, der den Höllenhund seinem Eigentümer zurück in die Unterwelt brachte. Herakles und Eurythos Herakles nach allen diesen Mühsalen endlich vom Dienste des Eurystheus befreit, kehrte nach Theben zurück. Mit seiner Gemahlin Megara, der er im Wahnsinn die Kinder umgebracht hatte, konnte er nicht mehr leben. Er trat sie daher mit ihrem Willen seinem geliebten Vater Iolaus zur Gattin ab und dachte selbst auf eine neue Vermählung. Seine Neigung wandte sich zu Öcalia auf der Insel Euböa, der den Herakles einst als Knaben in der Kunst des Bogenschießens unterrichtet hatte. Dieser König hatte seine Tochter demjenigen Wettkämpfer versprochen, der ihn und seine Söhne im Bogenschießen übertreffen würde. Auf diese Bekanntmachung eilte Herakles nach Öcalia und trat unter der Schade Bewerber auf. Er bewies in diesem Wettkampfe, dass er kein unwürdiger Schüler des alten Eurythos gewesen, denn er allen Ehren, im Herzen aber erschrak er gewaltig über dessen Sieg, denn er muß an das Schicksal der Megara denken und fürchtete für seine Tochter ein gleiches Los. Er erklärte daher auf die Anfrage des Helden, sich wegen der Heirat noch längere Zeit bedenken zu wollen. Inzwischen war der älteste Sohn des Eurythos Iphitos, ein Altersgenosse des Herakles, der eine neidlose Freude über die Stärke und Heldenherrlichkeit seines Gastes empfand, sein inniger Freund geworden und wandte alle Künste der Überredung an, um seinen Vater, dem edlen Fremdling geneigter zu machen. Eurythos aber beharrte auf seiner Weigerung. Gekränkt verließ Herakles das Königshaus und irrte lang in der Fremde umher. Mittlerweile kam ein Bote vor den König Eurythos und meldete, daß ein Räuber unter die Rinderherde des Königes gefallen sei. Es hatte dies der listige und betrügerische Autolikos verübt, dessen Diebereien weit und breit bekannt waren. Der erbitterte König aber sprach, dies hat kein anderer getan als Herakles. Solche unedle Rache nimmt er, weil ich ihm, dem Mörder seiner Kinder, die Tochter versagt habe. Iphitos verteidigte seinen Freund mit warmen Worten und erbot sich selbst zu Herakles zu gehen und mit ihm die gestohlenen Rinder aufzusuchen. Dieser nahm den Königssohn gastlich auf und zeigte sich bereitwillig, den Zug mit ihm zu übernehmen. Indessen kehrten sie unverrichteter Dinge zurück und als sie die Mauern von Thirins bestiegen hatten, um mit den Blicken die Gegend durch Schweifen und sich der unselige Wahnsinn auf einmal wieder des Heldengeistes. Herakles von Heras Zorn getrieben, hielt seinen treuen Freund Ifitos für einen Mitverschworenen des Vaters und stürzte ihn über die hohen Stadtmauern von Thirins herab. Herakles im Dienste der Umfahle Der Mord des Ifitos, obgleich im Wahnsinn verübt, lag schwer auf Herakles. Er wanderte von einem Priesterkönige zum anderen, um sich reinigen zu lassen, erst zum Könige Nelois von Pylos, dann zu Hypochoron, König von Sparta, aber beide weigerten sich dessen. Der Dritte endlich, der Iphobos, ein König zu Amiklai, übernahm es, ihn zu entsühnen. Nichtsdestoweniger schlugen ihn die Götter zur Strafe der Untat mit einer schweren Krankheit. Der Held, sonst von Kraft und Gesundheit strotzend, konnte das plötzliche Siegtum nicht ertragen. Er wandte sich nach Delphi und hoffte bei dem Pythischen Orakel Genesung zu finden. Aber die Priesterin verweigerte ihm als einem Mörder ihren Spruch. Da raubte er im Zorn den Dreifuß, trug ihn hinaus aufs Feld und errichtete ein eigenes Orakel. Erbost über diesen kühnen Eingriff in seine Rechte, erschien Apoll und forderte den Halbgotte zum Kampfe heraus. Aber Zeus wollte auch diesmal kein Bruder Blutfließen sehen. Er schlichtete den Kampf, indem er einen Donnerkeil zwischen die Streitenden warf. Jetzt erhielt endlich Herakles einen Orakel-Spruch, welchem wenn er zu dreijährigem Knechtsdienste verkauft würde, das Handgeld aber als Sühne dem Vater gäbe, dem er den Sohn erschlagen. Herakles von Krankheit überwältigt fügte sich in diesen harten Spruch. Er schiffte sich mit einigen Freunden nach Asien ein und wurde dort von einem derselben mit seiner Einwilligung als Preis brachte der Verkäufer dem Orakel gemäß dem Eurytos und als dieser das Geld zurückwies übergab es den Kindern des erschlagenen Iphitos. Jetzt wurde Herakles wieder gesund. Im Vollgefühle der wiedergewonnenen Körperkraft zeigte er sich anfangs auch als Sklave der Umfale noch als Held und fuhr fort in seinem Berufe als ein Wohltäter der Menschheit zu wirken. Er züchtigte alle Räuber, welche das Gebiet seiner Herrin und der Nachbarn beunruhigten. Die Kerkopen, die in der Gegend von Ephesus hausten und durch Plünderung viel Schaden anrichteten, wurden von ihm teils erschlagen, teils gebunden der Umfale überliefert. Den König Silois in Aulis, einen Sohn des Poseidon, der die Reisenden auffing und sie zwang ihm die Weinberge zu hacken, erschlug er mit dem Spaten und grub seine Weinstöcke mit den Wurzeln aus. Den Itonen, die wiederholt ins Land der Umfale einfielen, zerstörte er ihre Stadt von Grund aus und machte sämtliche Einwohner zu Sklaven. In Lydien trieb damals Lithuerses, ein unechter Sohn des Midas, sein Wesen. Er war ein reich begüterter Mann und lud alle Fremden, die bei seinem Sitze vorüberreisten, höflich zu Gaste. Nach dem Male zwang er sie, mit ihm in seine Ernte zu gehen und des Abends schlug er ihnen die Köpfe ab. Auch diesen Tyrannen brachte Herakles um und warf ihn in den Fluss Meander. Umfale bewunderte die Tapferkeit ihres Knechts und mochte wohl ahnen, dass ein herrlicher, weltberühmter Held ihr Sklave sei. Nachdem sie erfahren, dass er Herakles der große Sohn des Zeus sei, gab sie ihm nicht nur in Anerkenntnis seiner Verdienste die Freiheit wieder, sondern sie vermählte sich auch mit ihm. Aber Herakles vergaß hier im üppigen Leben des Morgenlandes der Lehren, die ihm die Tugend am Scheidewege seines Jugendlebens gegeben. Er versank in weibische Wollust. Dadurch geriet er bei seiner Gemahlin Umfale selbst in Verachtung. Sie kleidete sich in die Löwenhaut des Helden, ihm selbst aber ließ sie weichliche lydische Weiberkleider anlegen und brachte ihn in seiner blinden Liebe so weit, dass er zu ihren Füßen sitzend Wolle spann. Der Nacken, dem einst bei Atlas der Himmel eine leichte Last gewesen war, trug jetzt ein goldenes Weiberhalsband. Die nervigen Heldenarme umspannten Armbänder mit Juwelen unter einer Mitra hervor. Langes Frauengewand wallte über die Heldenglieder herab. So saß er den Wocken vor sich unter den jonischen Mägden, spann mit seinen knochigen Fingern den dicken Faden ab und fürchtete das Schelten seiner Herrin, wenn er sein Tagewerk nicht vollständig geliefert. War sie aber guter Laune, so mußte der Mann in Weibertracht ihr und ihren Frauen die Taten seiner Heldenjugend erzählen, wie er die Schlangen mit der Knabenhand erdrückt, wie den Riesen Geriones als Jüngling erlegt, wie der Hüder den unsterblichen Kopf abgeschlagen, wie den Höllenhund aus dem Rachen des Hades heraufgezogen. An diesen Taten ergötzten sich dann die Weiber, wie man an ammen Märchen seine Freude hat. Endlich, als seine Dienstjahre bei Omfale vorüber waren, erwachte Herakles aus seiner Verblendung. Mit Abscheu schüttelte er die Weiberkleider ab, und es kostete ihn nur das Wollen eines Augenblicks, so war er wieder der krafterfüllte Zeus Sohn voll von Helden entschlüssen. Der Freiheit zurückgegeben, beschloss er zuallererst an seinen Feinden Rache zu nehmen. Die späteren Heldentaten des Herakles Vor allen Dingen macht er sich auf den Weg, den gewalttätigen und eigenmächtigen König Laomedon, den Erbauer und Beherrscher Trojas, zu züchtigen. Denn als Herakles von dem Amazonenkampfe zurückkehrend, die von dem Drachen bedrohte Tochter dieses Fürsten Hesione befreit hatte, hielt ihm der wortbrüchige Laomedon den versprochenen Lohn, die schnellen Zeus-Pferde zurück und hieß ihn scheltend weiterziehen. Jetzt nahm Herakles nicht mehr als sechs Schiffe und nur es mit sich. Aber unter diesen waren die ersten Helden Griechenlands, Pelois, Oiklois, Telamon. Zu dem Letztern war Herakles in seine Löwenhaut gekleidet gekommen und hat ihn eben beim Schmause getroffen. Telamon erhob sich vom Tische und reichte dem willkommenen Gast eine goldene Schale voll Weines, hieß ihn sitzen und trinken. Dann zogen sie Telamon und Herakles vereint mit den anderen Helden in den Krieg gegen Troja. Als sie dort ans Land gestiegen, übertrug Herakles die Wache bei den Schiffen dem Oiklois. Er selbst mit den übrigen Helden rückte gegen die Stadt vor. Inzwischen hatte Laomedon mit eilig zusammengerafftem Volke die Schiffe der Heron überfallen und den Oiklois im Kampfe getötet. Aber als er sich wieder entfernen wollte, wurde er von den Gefährten des Herakles umringt. Die Belagerung wurde unterdessen scharf betrieben. Telamon durchbrach die Mauer und war der erste, der in die Stadt eindrang. Erst hinter ihm kam Herakles. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass der Held sich in Tapferkeit von einem anderen übertroffen sah. Die schwarze Eifersucht bemächtigte sich seines Geistes und ein böser Gedanke stieg in seinem Herzen auf. Er zückte das Schwert und war in Begriffe den vor ihm herschreitenden Telamon niederzuhauen. Dieser blickte um sich und erriet das Vorhaben des Herakles an seiner Gebärde. Schnell besonnen las er die nächst gelegenen Steine zusammen und auf des Nebenbuhlers Frage, was er hier mache, erwiderte er, ich baue Herakles dem Sieger einen Altar. Diese Antwort entwaffnete den eifersüchtigen Zorn des Helden. Sie kämpften wieder gemeinsam und Herakles erlegte den Laomedon samt allen seinen Söhnen nur einen ausgenommen mit seinen Pfeilen. Als die Stadt erobert war, schenkte er Laomedons Tochter Hesione seinem Freunde Telamon als Siegesbeute. Zugleich gab er ihr die Erlaubnis, nach eigener Wahl einen der Gefangenen in Freiheit zu setzen. Sie wählte ihren Bruder Bodarekes. Es ist recht, er sei dein, sagte Herakles, aber er muss vorher die Schmach erlitten haben und Knecht gewesen sein, dann magst ihn um den Preis, den du für ihn geben willst hinnehmen. Als der Knabe nun wirklich zum Sklaven verkauft war, riss Hesione ihren königlichen Schmuck vom Haupte und gab ihn als Lösegeld für den Bruder hin. Daher trug dieser den Namen Priamos, der Losgekaufte davon. Von ihm wird die Sage vieles zu erzählen haben. Hera gönnte dem Halbgotte diesen Triumph nicht. Auf der Heimfahrt von Troja begriffen, wurde er durch ihre Schickung von schweren Ungewittern überfallen, bis der ergrimmte Zeus ihrem Schalten Einhalt tat. Nach mancherlei Abenteuern beschloss der Held, eine zweite Rache am König Augias zu nehmen, der ihm auch einst den versprochenen Lohn vorenthalten hatte. Er bewältigte seine Stadt Elis und tötete ihn mitsamt seinen Söhnen. Dem Phylois aber, der wegen seiner Freundschaft für Herakles vertrieben worden war, übergabe das Königreich Elis. Nach diesem Siege setzte Herakles die Olympischen Spiele ein und weihte ihrem ersten Stifter Pelops einen Altar auch den Zwölf Göttern Altäre je Zweien einen. Damals soll selbst Zeus in Menschengestalt mit Herakles gerungen und überwunden seinem Sohn zur Götterstärke Glück gewünscht haben.